Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hohoho beim Tele-Stammtisch. Zwar haben wir noch nicht mal den Adventskleiner aufgehangen, aber natürlich stürmen sie jetzt schon in die Kinos, die Weihnachtsfilme. Dieses Jahr gibt es einige zu entdecken und ich glaube, der größte ist auch einer der ersten, nämlich Red One, Alarmstufe Weihnachten, der am 7. November in den deutschen Kinos läuft und dann vermutlich irgendwann nächstes Jahr auch bei Prime Video laufen wird, denn die haben den Film finanziert. Ein Film, der um die 250 Millionen US-Tollower gekostet haben soll. Es ist eine ganz schön krasse Menge. Da bin ich echt froh, dass der Zero weniger kostet. Hallo Zero. Hi, ich mache es auch für den Zehner. Millionen. Okay, okay. Die Millionen, die darüber sprechen wir noch, den Zehner, das kriegen wir irgendwie. Na gut. Mein lieber Zero, seien wir ehrlich, ich verbinde uns beide nicht gerade mit dem Zielpublikum, wenn es um Weihnachtsfilme geht, aber ich weiß ja auch, dass du durchaus so einen Softspot hast, vielleicht für so Filme wie, was ich tatsächlich liebe. Wie stehst du zu Weihnachtsfilmen und ohne welchen, oder anders gefragt, welchen Weihnachtsfilm musst du jedes Jahr zu Weihnachten gucken, um glücklich zu sein? Ja, ich bin da relativ mainstreaming, du hast es schon genannt. Also tatsächlich liebe gucke ich, also ich versuche es mindestens einmal um Weihnachten rum oder Silvester, Neujahr einmal zu sehen. Und ich finde den immer noch, also es ist für mich ein Top-Film. Ich finde den, ich heule jedes Mal wieder, das ist für mich der Go-To-Weihnachtsfilm. Aber ansonsten gucke ich schon gerne so Weihnachtsdinger. Selbst die Hallmark-Dinger, die schaue ich mir an, die so richtig schlecht sind. Was? Ernsthaft? Und dann ärgere ich mich, dass die scheiße sind. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber es kommt ja jetzt jedes Jahr, dieses Jahr ja auch wieder mit Lindsay Lohan so einen Spaß raus von Weihnachten. Das macht sie jetzt ja irgendwie auch jedes Jahr auf Netflix. Gucke ich mir auch gerne an und sehe, was sie da verbrochen hat. Und Weihnachtsfilme ist ja meistens gleichbedeutend mit einfach ein paar schönen Menschen. Aber bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du da noch eher so der Typ bist. Ja, Gremlins würde ich bei dir schätzen. Das ist bei dir so der Weihnachtsfilm. Nee, also Gremlins ist natürlich toll, aber für mich so der Go-To-Weihnachtsfilm. Also wenn ich halt Weihnachten jedes Jahr bei meiner Mutter verbringe, dann muss ich halt eben auch Minimum einmal tatsächlich Liebe sehen. Und ich mag den Film, ich würde mich jetzt hier als Fan bezeichnen, aber ich finde den ganz süß. Ich glaube, mein Go-To-Weihnachtsfilm ist die österreichische Produktion Single Bells. Das ist so eine TV-Produktion mit Martina Gedeck, die mittlerweile auch, glaube ich, jedes Jahr 3000 Mal auf den dritten Programmen läuft, weil der etwas Schönes macht. Und ich sage es immer wieder, das Schöne an Single Bells ist, dass am Ende halt nicht alles bereinigt worden ist und alle sind glücklich und haben sich zusammengerauft, sondern am Ende flieht die Hauptfigur fast schon panisch vor dem Familienchaos, während der Baum in der Bude steht und brennt und angekotzt wird. Das finde ich immer so, weiß nicht, ich finde das sehr erheiternd. Und natürlich eine der großen Klassiker, die Griswolds, Chevy Chase, ist natürlich auch immer Pflichtprogramm. Und ja, stopp langsam, ich weiß, es ist jetzt auch kein besonders kreativer Pick, aber stopp langsam kann man sich auch besonders an Weihnachten immer wieder gut angucken. Schön mit einem Glühwein und ein paar Keksen dann vom Fernseher, das macht Spaß. Ich muss wieder meine Speak durchziehen. Natürlich auch ein super Weihnachtsfilm, der noch im Kino läuft, ist natürlich auch Terrifier 3. Wir hatten ja schon in unserer Terrifier 3-Besprechung heute gerne mal rein, schon darüber diskutiert. Also für mich hat dieses Weihnachtliche da gar nicht funktioniert. Aber gut, wir reden hier nicht um Terrifier 3, der ja ein großer Erfolg war. Weil wir reden jetzt über einen Film, der vermutlich kein so großer Erfolg wird. Zumindest den ersten Box-Office-Prognosen. Da soll er einen eher verhaltenen Start haben. Wie gesagt, er hat, glaube ich, 240, 150 Millionen gekostet. Das heißt, er muss, um in die goldene Gewinnzone kommen, Minimum, glaube ich, 450 bis 500 Millionen einspielen. Und danach sieht es jetzt nicht aus. Ob wir jetzt aber sagen, hey, dieser Film hat diesen Erfolg oder Misserfolg verdient, nicht verdient, das finden wir jetzt heraus. Red One mit Dwayne Johnson und Chris Evans. Aber da müssen wir vorhin natürlich klären, worum geht es genau. Und Zero, du kannst uns da die Antwort bieten. Ja, schön kurz und knackig. Also wir haben einmal Callum Drift. Das ist ein Herrgespiel von Dwayne Johnson. Das ist sozusagen der Sicherheitschef des Nordpols. Und die sind jetzt auch gerade kurz vor Weihnachten. Und er passt immer auf dem Weihnachtszimmer auf, der gespielt wird von Jackie Simmons. Auch hier genannt, weder Nick oder Red One. Und ja, der wird halt entführt. Und dann muss ich halt Callum Drift mit dem berüchtigsten Kopfgeldjäger der Welt zusammensetzen. Anscheinend. Das ist John, gespielt von Chris Evans. Und der ist eigentlich auch eher so auf der Naughty-List des Weihnachtsmanns. Sogar eine, was war es? Level 4 auf der Naughty-List. Und ja, die beiden müssen dann den Weihnachtsmann wiederfinden. Das ist so die Grundprämisse des ganzen Films mit vielen schönen Weihnachtsanleihen. Hier noch ein kleiner Klugscheißerei von mir. Chris Evans heißt Jack, nicht John. Jack. Warum hab ich? Ja, Gott, Jack. Ist halt auch so ein, ja, sagen wir ehrlich, so ein Wegwerfen-Name. Ja, Jack O'Malley, hast recht. Jack O'Malley, genau. Also, ging es dir auch so im Vorfeld, da wird dieser Red One angekündigt, der ja wegen den Schauspiels und Autorenstreiks ziemlich verzögert worden ist, das jetzt ein Jahr später rausgekommen ist, als ursprünglich geplant. Und er heißt Red One. Und wir, also ich kann mich noch ganz dunkel erinnern, es gab hier so einen Red Notice, den ich tatsächlich ganz, ganz furchtbar fand. Was hast du im Vorfeld erfahren, als du gehört hast, da kommt ein Film mit Drain Johnson raus und der heißt Red One? Also, ich hatte gehört, das ist ein Weihnachtsfilm. Und dann dachte ich so, ja, okay, Drain Johnson im Weihnachtsfilm, ich mag ja eigentlich den Film von ihm, wo er diesen Vater, den Football-Daddy spielt, ich glaub, Daddy auf Bewährung oder Zahnfee auf Bewährung. Daddy ohne Plan. Daddy ohne Plan. Fand ich richtig schön eigentlich, in so einer Comedy ihn zu sehen, ne? Grad von der Statur ist das eigentlich immer so ganz witzig, so wie früher die Hulk-Hogan-Sachen. Dann dachte ich aber, ja, am Weihnachten mal schauen. Und dann kam mir viel mehr raus, das sollte ja auch irgendwie eine relativ große Reihe werden, das wollten die richtig groß aufziehen und haben ja auch schon früh Werbung gemacht. Und ja, ich dachte mir da aber immer mehr, weil eigentlich kamen auch davor immer nur relative Flops von Johnson. Und ich so, okay, mal gucken, was das wird. Und dann hat man ja, wie du gesagt hast, nur gehört, das verzögert sich. Und dann liefen die Dreharbeiten auch nicht so, wie sie sollten, ne? Weil der Herr Johnson auch mal öfter verspätet kam und also die Stimmung war wohl auch nicht so super. Es gab Gerüchte oder Berichte darüber, dass Dwayne Johnson die Dreharbeiten mit seiner Unpünklichkeit wohl ziemlich im Stich gelassen haben soll. Und es gibt sogar die Geschichte, dass er wohl Klopausen abgelehnt hat, um dann irgendwie während der Dreharbeiten einfach schnell in eine Flasche zu pinkeln. Das ist auch eine Geschichte, die an mich herangetragen wurde. Ob das wahr ist oder nicht, wissen wir jetzt beide nicht. Aber sie schwebt gerade so mit dem Red One Release so umher. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war es so, jeder hat Dwayne Johnson geliebt. Jeder fand ihn toll, charismatisch, ja. Auch durchaus talentiert. Er hat ja seine Karriere angefangen im Wrestling-Ring und kehrt ja da auch immer wieder gerne zurück. Er ist auch im Gespräch jetzt, glaube ich, nächstes Jahr bei WrestleMania wieder aufzutreten. Aber ich finde so, das Stimmungsfeld um Dwayne Johnson herum hat sich in den letzten paar Monaten oder ein, zwei Jahren ein bisschen verändert, weil er, glaube ich, mittlerweile einfach immer nur als Dwayne Johnson wahrgenommen wird. Und auch bei Red One muss ich ganz klar sagen, er heißt zwar irgendwie jetzt Callum oder Cal Drift, aber letztlich ist das einfach nur wie der Dwayne Johnson, der Dwayne Johnson spielt. Siehst du das genauso oder hast du da einen anderen Blick drauf? Also ich finde, die Figur, Calum Drift, ist ein bisschen, ja, anfangs ein bisschen reservierter, finde ich, als der Dwayne Johnson wieder rumläuft, weil der immer auch so positiv eigentlich immer getrimmt ist und ja, Leute trainieren von dann bis dann und immer alles cool und so. Bei dem kam ja auch immer erst sehr spät raus, dass auch in der Ehe immer so ein bisschen Problemchen sind, ne. Und der hat ja eigentlich immer so Heile Welt vorgespielt. Und das finde ich, sag mal, Calum Drift ein bisschen anders, weil der doch schon ein bisschen griesgrämiger kommt, aber dann auch schnell halt auftaut und dann macht er halt Dwayne Johnson Sachen die ganze Zeit, ne. Und grinst sich durch den Film. Ja, ich finde schon, man kann sagen, er ist ein bisschen griesgrämiger, aber trotzdem, für mich war das wieder Dwayne Johnson, der Dwayne Johnson spielt. Und das kann er halt einfach gut, das kann man eben nicht nehmen, aber ich fand's halt wirklich, boah, anstrengend und auch echt öde, diese ganze Figur. Hier kommt, glaube ich, für mich zumindest das Peak-Ussens-Spiel, das dieser Film hat, nämlich Chris Evans als dieser Kopfgeldjäger Jack O'Malley, der durchaus eine gewisse Dynamik damit reinbringt. Das ist jetzt kein nichts Großartiges, aber im Gegensatz zu Red Notice, wo wir halt es haben, dass Dwayne Johnson und Ryan Reynolds sich irgendwie gegenseitig hochschaukeln, aber letztlich sie nur einfach ihre, quasi ihre, ja, ihre popkulturellen Personas da einfach anbringen, ohne wirklich eine eigene Rolle da zu entwickeln, habe ich's hier zumindest so gefühlt, dass zumindest Chris Evans nicht als Botschafter von seiner eigenen Brandy, Tequila oder Gin-Sorte da anwesend ist, sondern wirklich als Schauspieler. Das ist natürlich keine Rolle, für die er jemals einen Oscar bekommen wird, aber allein durch die Dynamik und die Reiberei zwischen Dwayne Johnson und Chris Evans finde ich, dass der Film hier dann doch mir zumindest in ein paar Aspekten oder ein paar Phasen der Erzählung durchaus Spaß gemacht hat. Wie hast du es empfunden? Chris Evans ist klar, der Lead in dem Film sogar noch, würde ich sagen. Es gibt ja ein paar Filme oder zwei weitere, glaube ich, wo er auch so ein Shitty Daddy spielt und ich finde, das macht er halt gut, weil er hat halt diese coole Attitude und man könnte ihn abnehmen, er könnte ein guter Vater sein, der aber auch noch ein Lebemann irgendwie ist und ein bisschen Dreck am Stecken hat und der auch schauspielerisch ja definitiv mit Dwayne Johnson, also wenn ich nur mithalten kann, wahrscheinlich nochmal eine Nummer besser ist und da auch gut die Sachen aufhängt und zusammen die beiden haben halt eine sehr charismatische Art. Also man guckt die sich ja wirklich schon eigentlich gerne an, weil man hat dann keine schlechte Laune danach, aber der hat da schon viel aufgefangen, wo man gedacht hatte, dass Johnson jetzt einfach nur wieder sein Ding durchziehen will. Aber zum Beispiel unseren Weihnachtsmann fand ich verschenkt, muss ich ehrlich sagen, den Darsteller. Ja, also Oskar Bastreja, Jekyll Simmons spielt Nick und es stimmt schon, der hat nicht so viel zu tun, wobei man auch halt sagen muss, er wird halt auch entführt. Ich muss sagen, diese ganze Welt, die sie aufmachen von wegen Weihnachten, das fand ich eigentlich ganz süß, ganz nett. Man darf halt nicht vergessen, das ist amerikanisches Wein, das ist Hollywood-Weihnachten, das hat mit Besinnlichkeit nichts zu tun. Das ist, wenn man es runterbricht, einfach nur Zucker, Zucker, Zucker und ein bisschen Feuerwerk. Aber das verkauft er ganz gut. Was mich dann aber schon ein bisschen rausgebracht hat und da merkt man glaube ich schon, dass der Film vielleicht wirklich im Vornein eher als Streaming-Titel konzipiert worden ist. Der sieht halt echt sehr clean aus. Der hat eine sehr cleane Digitaloptik, die mir nicht so nicht zugesagt hat und gerade wenn es darum geht, dass da eben Fantasy-Welten erzeugt oder gezeigt werden, merkt man schon, dass gerade so im Bereich Spezialeffekte da einiges sehr unscharf tatsächlich wirkt. Sie haben sehr viel mit Schnee gearbeitet, sodass der Schnee alles bedeckt. Also abgekürzt ist, ich finde der Film ist stellenweise schon ziemlich hässlich. Da bin ich nur halb deiner Meinung. Ich war auch sehr erschrocken, erst so nach dem Trailer und dann die Poster. Ich so, oh ja, da kommt ein Eisbär vor. Ein großer CGI-Eisbär. Und da dachte ich, oh Gott, das wird richtig schlimm und richtig schlecht. Wo der reinkam oder vorkam das erste Mal, war ich positiv erstaunt. Ich dachte, okay, der sieht gar nicht so scheiße aus. Aber wo du sagst, klar, die verstecken sehr viel hinter Schnee. Gerade im Finale ist auch alles ein bisschen sehr dunkel. Oder auch mal einfach irgendwelche Lichteffekte, die irgendwas überkaschieren. Ja, da haben sie sich relativ leicht gemacht. Wo es mir aufgefallen ist, dass ich halt diese CGI-Effekte nicht wirklich gut fand, ist, wenn die menschlichen Darsteller mit ins Spiel kommen und irgendwelche Action-Dinger sind, die keine Ahnung von irgendwo runterfliegen oder hin und her. Ja, weil ich weiß nicht, da war das vielleicht für die CGI-Bearbeiter zu schnell oder die hatten keine Lust und gedacht, das reicht so ein bisschen. Da sieht das immer sehr unkenny aus, meiner Meinung nach. Das fand ich dann nicht so gut. Für das Geld also auf jeden Fall nicht gut gemacht. Wobei ich jetzt hier auch sagen muss, es gibt auch durchaus Sachen, die gut aussehen. Nämlich, es gibt tatsächlich richtige Masken. Gerade, wenn die Figur des Krampus ins Spiel kommt, der tatsächlich einen durchaus größeren Part in diesem Film einnimmt. Der sah wirklich, also hübsch ist jetzt das falsche Wort, aber da hast du halt schon gemerkt, da floss auch ein bisschen Energie rein in diese Maskerade. Und das sah wirklich, wirklich ganz, ganz, ja, ganz, ganz solide aus. Und das hat mir mit am besten gefallen, dieses Krampus-Design. Auch weil der Film dort, wenn der Krampus auftaucht, erstaunlich düster ist. Und der Film startet mit einer FSK 12 und das finde ich durchaus für legitim. Und würde sogar sagen, Red One, für die ganz Kleinen ist der, glaube ich, eher nix, weil dafür ist der stellenweise dann doch zu gruselig, vielleicht auch ein bisschen zu brutal für die ganz Kleinen. Ja, oder siehst du das anders? Würdest du mit deinem kleinen Zero da reingehen? Der ist dann jetzt total falsch. Vergiss die Frage. Da war ich. Ich glaube auf jeden Fall nicht alleine schon, weil die ja doch relativ häufig fluchen. Also öfter, als ich mir das vorgestellt habe. Weil ich habe zwischendrin erst mal darauf geachtet, weil die unterbrechen ja beim ersten Mal so das richtige Fluchen. Und später kommen aber doch so ein paar Kraftaufdrücke. Die finde ich, die muss jetzt aber auch ein Zehnjähriger sich dann auch nicht reinballern eigentlich. Obwohl es wahrscheinlich schon öfter gehört hat. Aber dann, nee, weiß ich, da ist mir das dann, wäre mir das zu jung. Aber so ab zwölf kann man das, glaube ich, schon machen. Obwohl gerade die Krampus-Szenen, da sind ja noch andere Wesen, die da rumlaufen. Ich fand die Ideen, wie sie die gemacht haben, fand ich wirklich, also ideenreich ist der Film wirklich schon in seinen Umsetzungen, was er da auftischt. Also er hat wirklich hübsche Ideen. Also er integriert auch in die Action-Szenen immer wieder so gewisse Fantasy-Elemente, was total toll ist. Das Problem ist aber halt, dass die Action-Szenen für meinen Geschmack dann doch oft so montiert sind, dass sie mir zu hektisch sind. Dass ich nicht wirklich rausfinden kann, was passiert da gerade. Und das ist wirklich schade, weil gerade wenn halt, ich sag mal, Spielzeug fremdentwickelt wird, ist das schon ganz nett. Also gerade wenn dann Krampus halt da bekämpft wird. Aber ich dachte mir halt auch ganz oft, so schön ich die Idee finde und so fantasievoll diese Idee auch ist, Ich sehe halt letztlich davon zu wenig, weil der Schnitt einfach mir persönlich ja ein bisschen zu hektisch ist. Wie hast du die Action-Szenen wahrgenommen? Also die Action hätten sie für mich in dem Film raushassen können, dann wäre der deutlich besser gewesen. Weil die haben sie nicht gut gemacht. Weder ist es einfach komplett zu nah, zu unübersichtlich oder dadurch halt auch einfach zu schnell. Also es gibt so einen Slap-Wettbewerb, der ist schön gemacht, das ist lustig und funny. Das ist das Einzige, wo ich mit dem Auge dranbleiben konnte. Ansonsten alles andere war teilweise viel zu überbordend. Also das, vielleicht sind wir da auch zu alt, kann ja auch sein, aber ich glaube nicht. Nee, das war für gute Action, hatten wir jetzt die letzten Jahre auch Weihnachtsfilme mit deutlich besserer Action-Einbindung. Ja, auch ich muss allgemein sagen, der Regisseur Jack Haston, der hat ja auch mit Dwayne Johnson die letzten zwei Jumanji-Filme inszeniert und würde auch vermutlich jetzt den dritten Teil dann machen, der dann in zwei Jahren in den Kinos kommen soll. Und wenn man diese Jumanji-Filme von denen mochte, glaube ich, könnte man auch mit Red One was anfangen. Die haben so den gleichen Spirit, so den gleichen Vibe. Muss aber auch sagen, Jack Haston oder Haston, so richtig geil inszenieren tut er jetzt nicht. Das ist alles sehr solide, alles sehr, in Anführungszeichen, botenständig. Aber insgesamt war es mir dann doch ein bisschen zu wenig, wobei er halt hin und wieder immer wieder auch Momente erschafft, die ich toll finde. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die fand ich wirklich ruselig, mit einem Klavier, das nachts auf der Straße steht. Oder aber, was ich wirklich auch eine hübsche Idee fand, waren diese Schneemänner, die dann in Hawaii für Tumult sorgen. Wobei gar nicht so sehr der Kampf in Hawaii, sondern mehr wie diese Schneemänner dort ankommen. Weil das hatte schon was sehr Absurdes und das hatte auch irgendwas, was Unheimliches. Das fand ich ganz nett, aber das sind halt für mich nur so ganz kurze, kleine Momente in diesem Film. Und in Gänze betrachtet wirkte Red One, obwohl ich ihn jetzt nicht furchtbar finde, das sei gesagt, aber finde ich ihn inszenatorisch mehr so, ja kann man machen, aber wirklich, dass ich das Gefühl habe, da steckt wirklich was drin, eine richtige Version, das fehlt mir da leider. Also ich finde, was du gerade sagst, finde ich bemerkt man auch ganz klar im letzten Drittel. Da ruscht er so ein bisschen nochmal mehr, er hat schon ein schnelles Pacing, der ist also auf jeden Fall, man langweilt sich nicht. Es sind zwar knapp über zwei Stunden, aber die gehen eigentlich relativ zügig um, aber dann rusht er am Ende nochmal ein bisschen schneller durch und irgendwie nutzt er dann die Figuren nicht so ganz aus, die er da hat. Und dann sind wieder Figuren da, wo man denkt, eigentlich dürften die jetzt eigentlich gar nicht mitmachen und das Finale, das passt sich für mich nicht so richtig zusammen zum ganzen Film leider. Also das, da hat er wie, wie du sagst, keinen ganzen Plan gehabt, wie er das alles vielleicht richtig beenden will und hat meiner Meinung nach einfach so ein easy way out genommen sogar. Ja, ich sagte schon, also der Film hat wirklich viele Fehler, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da jetzt im Kino saß und mich zwei Stunden lang wirklich gelangweilt hätte oder mich aufgeregt hätte. Also ich habe es halt mir angeguckt, ich hatte eine zufriedenstellende Zeit, was ich dem Film halt total ankreide, er sieht halt wirklich aus, dass er für Streaming gemacht worden ist. Und wenn der Film wirklich so ein Misserfolg wird, wie prognostiziert wird, wie gesagt, das ist nur eine Prognose, es ist alles möglich, könnte ich mir auch vorstellen, dass Amazon den Film vermutlich sogar vielleicht noch dieses Jahr vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten noch als VOD raushaut, zumindest nun in den USA. Und ich finde auch, das ist für mich ein Streaming-Titel. Es ist ein guter Streaming-Titel und dass er im Kino jetzt kommt, okay, schön, freut mich, warum nicht? Aber ich habe auf der Leinwand nichts wirklich gesehen, wo ich sage, das braucht jetzt wirklich die große Leinwand. Für mich ist Red One wirklich ein Streaming-Titel, der sich, warum auch immer, verlaufen hat ins Kino. Das ist genau so, müssen wir den Cast auch nennen. Und das ist ja halt wirklich so, das ist ein Streaming-Film, da gehört er auch hin. Und ich glaube sogar, es steht, glaube ich, sogar schon fast fest, dass er dieses Jahr sogar, glaube ich, noch im Streaming erscheint. Weil es gibt ja auch Kinos in Deutschland, zumindest in Bremen eins, da gab es mehrere Berichte die Tage. Die boykottieren den, weil die Auswertung im Kino der Zeitraum relativ kurz ist, weil die den ja noch ins Streaming bringen wollen. Darum finde ich die Kino-Auswertung auch komplett hohl. Also damit, ich glaube, damit schießen sie sich selber auf jeden Eigentor auch so ein bisschen. Weil im Streaming, glaube ich, läuft ja gut. Das ist ein Ding, den machst du an, da kannst du auch mit der ganzen Familie dir das Ding angucken, mit zu Hause. Und hast da, glaube ich, eine gute Zeit. Ja, definitiv. Also man merkt auch, finde ich, daran, dass er auch für Streaming gedreht worden ist. Weil er auch so, wenn es darum geht, Sachen zu erklären, der erklärt hier manche Sachen wirklich zigmal. So nach dem Motto, dass wenn du ihn auf dem Second Screen guckst, du auf jeden Fall die wichtigsten Informationen mitbekommst. Das ist schon auch ein bisschen nervig. Aber insgesamt war das ein netter Watch einfach. Nicht mehr, nicht weniger für mich. Also ich war auch, ich war, glaube ich, ein bisschen besser sogar leicht als du unterhalten, kann ich mir vorstellen. Neben mir war ein älterer Herr, der war noch besser unterhalten als ich, weil der hat, glaube ich, fast durchgelacht. Ich habe mich teilweise gefragt, warum lacht der jetzt? Da ist doch gerade nichts passiert. Aber naja. Aber ansonsten, ich fand die Chemie super von den beiden. Die hat mich gut mitgenommen. Ich fand diese Vater-Sohn-Dynamik jetzt nicht so berauschend. Aber ich konnte sie halt nachvollziehen, dass der auch noch mal ein bisschen andere Themen behandelt, außer seine komische Entführung. Ja, ich finde halt ein paar Schauspieler ungenutzt. Ansonsten, Leute, wenn ihr ins Streaming kommt, schaut euch den an. Ja, also wie gesagt, der macht, glaube ich, durchaus Spaß. Ich kann mir auch vorstellen, dass du, wenn er im richtigen Alter ist, dann wirklich noch mehr Spaß hast. Und ich sehe auch gerade, wie viele schlechte Kritiken der bekommt. Und ich kann diese ganzen Kritiken auch nachvollziehen. Aber ich für meinen Teil, wie gesagt, ich fand den solide. Aber ehrlicherweise auch in der Hinsicht solide, dass ich den, Punkt, den ich jetzt drei, vier Tage nach Sichtung auch schon wieder vergessen habe. Aber da gibt es schlimmere Sachen. Wie gesagt, für mich die schlimmsten Sachen, die der Film hat, ist der Look, gefällt mir nicht. Dwayne Johnson langweilt mich nur noch. Aber der Film findet halt immer wieder Sachen, die das ausgleichen. Also wir haben Chris Evans, der halt Chris Evans Sachen tut und dadurch so ein bisschen Dwayne Johnson, wie ich finde, ausgleicht. Wir haben halt einen sehr netten Masken-Effekt, wenn es gerade um Krampus geht. Das ist alles, wie gesagt, so ein Für und Wider. Und insgesamt komme ich, und ihr merkt schon, ich leite um zu meinem Fazit, ist für mich Red Run, wie gesagt, so ein mittelmäßiges Ding. Und mehr so in Richtung positive Überraschung, weil ich habe im Vorfeld nicht viel erwartet. Aber für mich war ganz, jetzt ist ganz klar, hey, ich habe den gesehen. Das war kein Kinobesuch, den ich jetzt wirklich verdammen möchte. Ich hatte Schlimmere, ich hatte wesentlich Bessere. Aber letztlich, ja, ein nett gemeint, nett gemeint ist der, glaube ich, nicht der Film, der ist schon hochgradig kalkuliert. Aber er funktionierte dann doch erstaunlich gut. Und das ist mein Fazit zu Red Run Zero. Wie sieht es bei dir aus? Mein Fazit, also ich sehe es da so ein bisschen, das ist wie so ein jährliches Weihnachtsessen mit der Familie. Du hast zwischendurch eine richtig schöne, besinnliche Stimmung manchmal. Du hast auch ein paar Stellen, wo du lachst und Spaß hast. Aber am Ende hofft man darauf auch, dass das Wiedersehen erst so nach 365 Tagen ist. Und das habe ich bei dem Film auch. Ich gucke mir den bestimmt nächstes Jahr Weihnachten mal an im Streaming. Aber bis dahin muss ich den auch nicht mehr sehen oder von dem hören. Und wie du auch schon sagtest, der ist halt deutlich besser als alles, was ich erwartet habe. Aber so ein Feiertags-Klassiker wird er auf jeden Fall nicht. Und fürs Kino, von mir ganz klare Nicht-Empfehlung. Da finde ich ihn verbraucht und blödsinnig. Aber wenn ihr im Streaming rauskommt, Alter, guckt den mit eurer Familie an. Das werden schöne zwei Stunden und ein paar Verquetschte. Dann sind wir hier mit durch. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes, Podcasts und Kommentare gibt. Und natürlich haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de. Und um das Ganze noch zu krönen, sei hier noch unser Community-Server auf Discord erwähnt. www.tele-stammtisch.de Und da haben wir jetzt schon wirklich einige zusammengefunden. Und wir reden da täglich über Filme und Serien und diskutieren auch über Podcasts, über unsere, über andere. Wir reden einfach viel. Kommt da gerne vorbei, kostet nichts und müsste eigentlich auch Spaß machen, weil, ganz ehrlich, ihr könntet dort auch mit Zero kommunizieren. Und mit Zero zu reden, das kann ich euch sagen, in den letzten 20 Minuten, das macht Freude. Also, Tele-Stammtisch, checkt das mal bitte aus. Ansonsten sage ich noch, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und ich sage auch Danke an Zero, dem das letzte Wort gebührt und zwar jetzt. Ärzte, Ärzte, Apothekerinnen, Apotheker empfehlen 10 Minuten Zero am Tag, vertreibt Kummer und Sohn. Ich wünsche ein schön fröhliches Weihnachtsfest. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.